Hallo, hier ist euer Weihnachtsengel. Ja, ihr seid hier auf dem Kanal von Stimmi. Ja, Stimmi hat mir erlaubt, heute das Video hier zu drehen. Ja, heute haben wir Heiligabend. Ich hoffe, euch geht es allen gut heute und werdet reichlich beschenkt. Ja, also heute öffnen wir Türchen Nummer 24, das sich hier verbirgt. Und wir öffnen es mal. So, dann holen wir es mal heraus. Oh, Stimmi, hält mir. Das ist mir so schwer. Ach, ich hab's noch hingeredet, ist gut. So, da haben wir Herford-Pilz. Keine Ahnung, kenne ich leider nicht. Kennt ihr das Bier? So, wir schauen mal, was es an Alkohol hat. Ich bin jetzt ein Alkoholiker, aber ich muss trotzdem hier probieren. Ich stelle mir jetzt gesagt, ich muss probieren. Wir haben 4,8 Promille. So, dann öffne ich es mal. Und ja, dann Prost und schöner Weihnachten. Oh, ja, riecht gut. Oh, das ist wirklich gut. Schmeckt. Ja, ich hab den Damenbart noch an, ich weiß. Aber, ich wollte mich nicht rasieren für dieses Video. Warum? Ah, das ist wirklich gut. Ja, also, Stimmi wünsche ich euch auch schön Weihnachten, hat er gesagt. Er ist heute leider nicht da. Dann wünsche ich euch mal einen schönen Heiligabend und schöne Feiertage. Dann würde ich mal sagen, bis die Woche oder irgendwann im Livestream oder Video. Und auf Wiedersehen!